Ich führe das Kabel einfach hier in der Seite raus. So, und jetzt sollte der wieder Strom haben. Ja genau, er heizt hoch, lädt sich da auch auf. Und macht da vor sich hin. Okay, gut. Und das alles, weil hier noch Energie drin ist. Der Kristall ist noch voll, das ist komisch. Der sollte eigentlich leer werden. Okay, er wird auch leer. Ja, das ist gut so. Moment mal, was war denn eigentlich da hier? Ach so, stimmt, ja, richtig. Da brauche ich ja nochmal, ja, 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 alles klar. Ich brauche sechsmal Steinstaub. Komm, wenn wir den sechsmal noch kriegen. Einmal haben wir schon. Ja, das können wir noch eben abwarten. Das ist okay. Okay, die Sachen Inventar lasse ich nochmal eben. Ich will mal eben schauen, was dieser Schraubeschlüssel braucht. Ach so, einfach nur Brauungsabarren. Fünf, ne, sind es fünf? Es sind sechs. Sechs Brauungsabarren, okay, so viel habe ich. Ja, vielleicht sollte ich mit der Brücke anfangen. Nö, will ich jetzt aber nicht. Okay, ich will das also hier haben. Hier soll das Transformator häuschen. Wir könnten aber, ah, wir könnten aber eigentlich auch oben anfangen. Ja doch, gehen wir mal nach oben. Die Leiter kommt dann auch weg, weil ich da innen, im Berg dann das Ganze hochbauen will. Das wird jetzt wieder, naja gut, kein größeres Projekt, aber schon ein bisschen mehr. Das ist aber auch okay. So, hier, die Rückwand soll weg. Der Baum muss auch weichen. Ja, der Baum muss weichen. Ich mache ihn gleich mal weg. Da kann man ja wieder einen neuen anpflanzen. So, das Kabel, das soll auch innen darunter geführt werden. Das kann ich auch gleich mal machen. So, das alles mal weg hier. Ja, das wird doch ein bisschen länger dauern, das ganze Projekt hier. Aber das macht nichts. Das Ganze war ja so jetzt erstmal sozusagen nur ein Provisorium. Dass ich da unten alles hingestellt habe, ja sowieso. Aber der, der Turm da nicht. Aber das Kabel da runterziehen. Ich meine, das war ja alles ausreichend und hat funktioniert. Aber, nee, jetzt will ich das nicht mehr. So, das wird komplett neu verlegt an das Kabel. Aber wir machen erstmal oben so ein bisschen so den Anschluss. Und dann kommt da unten das Treffenhäuschen. Und jetzt ist es schon wieder Nacht. Keine, wo ich oben weiterbauen wollte. Aber okay, macht ja nichts. Habe ich denn, naja, hier Holz. Komme ich neben Holz. Oder ich kann aus dem Holz eben Bretter machen. Genau, richtig. So. Und dann mache ich mir da einfach mal eine schnelle Brücke hin. Die natürlich so nicht bleiben soll. Das soll schon was Besseres sein. Ja, das brauche ich hier nicht mehr. Was Vernünftiges hin. Oh, guck mal, sieben haben wir schon. Der kann ruhig weitermachen, solange noch Energie da ist. Ich kann ja auch den Stein hier, der ist ja leer, den kann ich eben rausnehmen. Stecken wir den da vorne noch schnell rein, dass der wieder voll wird. Und dann verschwinden wir in die Werkstatt und bauen noch ein bisschen Schaum. Und ein bisschen Kabel aufräumen und so weiter. So. Die neue Mitte wird gleich wieder voll. Dann können wir nämlich noch eine Ladung CF-Schaum dahin sprühen. Und uns dann, können uns dann voll auf das Projekt hier konzentrieren. Dass da einfach mal so dazwischen kam. Da ist noch Kabel. Okay. Da kann einer ja weg. Eins davon und zwei davon. Ach komm, und wenn ich schon dabei bin, baue ich mir doch gleich mal einen neuen Dingsbums hier. Kupfer, Bronze. Das war so, 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 so und so. Ja, komm, einer genügt. Kann ich den schon mal da reinpacken? Den anderen kann ich auch wieder erstmal weglegen hier. Brauche ich ja gerade nicht. Orientierung, wo bist du? Hier. So, dann bauen wir noch mal schnell hier einen CF-Schaum. So, einer hat ja noch gefehlt. Da, Gummi kann noch, der Gummi kann noch weg hier. Ähm, das kommt alles mal da rein. Das hier brauche ich noch. Ja, und ich brauche sogar noch mehr. Gut, dann muss ich davon eben noch... Oh, guck mal, da haben wir noch zwei von diesen Kristallen. Ja, ist auch gut. Ach ja, Holz. Holz kann auch weg. Und dann holen wir uns noch mal aus dem Lager weißen Beton... Äh, weißen, ähm, Ton. Sofern denn noch was da ist, ich hoffe mal. Äh, ja, ist noch was da. Das genügt auch. Wir brauchen noch ein bisschen Brückstein. Was brauchen wir denn noch? Ein bisschen Erde. Ja, doch, zum Verkleiden oder so. Äh, ist bestimmt nicht verkehrt. Erstmal für oben, meine ich jetzt. Ja, ich glaube, das reicht erst mal. Ich lege mich mal hin, auf dass es wieder Tag wird. Und dann... Gehen wir mal nach da oben. Oh, da oben muss ich ja noch umbauen. Die Leiter muss ja weg. Die muss nach innen. Aber die kann ich ja wieder hinsetzen dann. Äh, wo muss ich hin? Da. So. Was wie was war das? Ach ja, hier, da. Genau, der hier. Der hier muss rein. Hm, sehr gut. Habe ich denn die Spritze? Ne, die habe ich natürlich nicht hier. Die muss ich noch schnell holen. Na gut, ich mache das mal eben. Äh, die müsste beim Reaktor sein. In der Kiste da. Ne, falsche Kiste. Da, genau, da haben wir sie ja. Okay, schnell wieder zurück. Bis dahin dürfte das ja auch fertig sein. Ja. Da muss ich jetzt wieder das da umbauen. Und das da, das so machen. Genau. Und die Spritze. Äh, Spritze. Da. Achso, ne, halt. Verkehrt. Da muss ja das Leere hin. So, damit das voll wird. Wahrscheinlich. Ja doch, wir können sie auf jeden Fall ganz leer machen. So, dann teleportieren wir uns mal eben wieder zurück zum Reaktor. Wir können ja dann schon mit der nächsten Schicht an, äh, Dings anfangen. Ähm. Na. Baustab. Äh, hier. Armierung. Ah, jetzt hätte ich gleich Sand mitnehmen sollen. Hier hoch. Oder ne, ich kann ja auch einfach schlau sein und das so machen. So. Der Kollege da hinten auch noch. Ja. Und diese hier. Siehst du, da haben wir die Schicht fertig und wir haben noch. Wir haben, ach, das ist ja. Ne, Moment, das ist ja, ah, ne, ich habe mich versehen. Ähm, nein, 1900 sind noch übrig. Okay, ich habe oben auf die Zahl geschaut, das ist 4999. Und ich dachte mir, da ist ja noch über die Hälfte drin. Aber nein, leider nicht. Leider nicht. Na gut. So. Ähm, ich muss jetzt mit Sand arbeiten. Der kommt mal dahin. Brauchen wir dann auch gleich noch. Also, dass jetzt die dritte Schicht jetzt hier erstmal fertig wird. Das heißt, da kommt noch eine Schicht drauf an Mauerhöhe. Und dann die nächste, die darauf folgende Schicht, das ist dann erst die, die erste Schicht der Decke. Hier geht der Sand aus. Ja. Zwei kann ich noch machen. Dann, ich habe ja noch hier Sand. Ne, gar nicht mehr, da. Das ärgert mich mit diesen Türen da, dass ich die nicht so setzen kann. Ja, aber ich habe es ja ausprobiert. Was will ich denn noch machen? Ich kann ja nicht mehr machen, als das. Ich habe es ja ausprobiert. Naja, ich kümmere mich nochmal drum. Vielleicht kann ich... Kann man da doch noch irgendwas machen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Dann ist das eben Pech. Ja, das war auch Pech. Na, ihr müsst verstehen. Ich habe da immer diesen Sicherheitsgedanken im Hinterkopf. Man muss aus dem Reaktorraum auch schnell rauslaufen können. Kann man das eigentlich... Ne, das Rohr kann man da... Ne, ne, ne. Äh, das Kabel. Das haut nicht hin. Das kann man zwar auch einbetonieren, aber nicht, wenn es armiert ist. Oh, das hat aber viel reingehauen. Also das war es auch alles, oder? Ach so, ne, da ist noch was da. Immer noch? Ne, jetzt ist er leer. Ja, okay. Gut, wenn ich schon den Sand da habe... Äh, ja. Mache ich den auch gleich hier so hin, denn... Ah, ne, das zieht... Ne, doch, das zieht jetzt nicht mehr von alleine an. Denn wenn es anzieht, dann ja nur... Ähm, wenn ich hier bin. Wenn die Chunks geladen sind. Und das sind sie ja nicht, wenn ich nicht hier bin. Ja gut, aber immerhin, ne, wir haben schon wieder ein bisschen was weiter geschafft hier. So, schön. Ich könnte auch gleich hier mal ein bisschen Sand auffüllen. Den lasse ich auch hier. Ja, genau. Komm, jetzt machen wir mal Nägel mit Köpfen. Hol noch mal eben Sand... Aus dem Lager. Und, ähm, dann sind wir hier wieder gut aufgestellt. Wir brauchen ja sowieso auch noch, ähm, hier Zäune. Aber die will ich jetzt nicht machen. So, Sand hier rein. Ähm, wir brauchen dazu... Ach ja, doch, Zäune. Ja, ja, richtig, Zäune brauchen wir. Okay, ist auch egal. Jetzt haben wir erstmal was anderes vor. Ähm, und zwar da. So, wie sieht's da aus? Ist da schon wieder... Oh, ja, da ist schon Gras. Reicht immerhin für drei. Huch, naja, gut. So, dann über die provisorische Brücke und wieder da hoch. Ja, der Rotor dreht sich, aber... bringt mir jetzt gerade nichts. So, das wollte ich hier auch weg haben. Das sieht einfach nicht gut aus. Und das hier kann ich anders setzen. So. Genau. Okay, da will ich gerne weiterbauen. Ähm. Den Raum etwas größer machen. Aber viel größer muss der nicht sein. Siehst du, jetzt brauche ich die Erde. Das ist gut, dass ich sie mitgenommen habe. Stimmt, das muss in der Tat nicht viel größer sein. Einfach nur so ein kleiner Anbau. Und das hier reicht ja im Grunde schon. Da muss das Kabel... von oben runter. Das kommt dann von hier. Oder wir können das ein bisschen... hier ein bisschen erweitern. Das von außen kommt ja dann weg. Dann setze ich mal da was hin. Genau. Und da oben schließe ich das einfach ab. So. Und das... Soll das jetzt hier reichen? Wenn ich hier zu mache? Ja, das reicht. Also, da muss ich natürlich einen Schacht nach unten machen. Dass ich selbst nach unten klettern kann. Obwohl wir andererseits ja noch ein bisschen Platz haben. Also, ein Dings weiter nach vorne. Kann man doch auf jeden Fall noch machen. Ach so, nee. Ähm, damit. Da noch ein bisschen auskleiden hier so. Genau. Ja, sieht nicht so gut aus hier. Wenn das so steil ist... Oh, da haben wir noch Kabel. Habe ich ja ganz... ganz und gar das Kabel übersehen. Okay, so. Äh... Tja, gut. Da guckst du doof, was? Jetzt sieht das plötzlich anders aus. Das kann ich eigentlich so... ein bisschen so eckig lassen. Wie sieht es jetzt von innen aus? Guckt sie da rein. Ich könnte hier sogar ein Fenster hin machen. Ja, das ist doch... Das bietet sich doch an. Oder sogar... Wie wäre es denn mit oben? Hier doch... So ein Oberlicht. Ah, nee, das ist da... Ja, nee, das geht nicht. Ja, okay, dann eben nicht. Wir könnten aber auch noch hier ein Sinn machen. Oder da sogar. Nee, auch nicht. So. Ach nee, da... Macht es ja keinen Sinn. Doch, ich kann ein großes Fenster hinmachen. Ah nee, da ist Erde. Ja, okay. Dann macht es doch so Sinn. So, da muss ich nach unten graben. Das heißt, hier und da kann ich noch was. Und dann will ich eine... Das Kabel, das soll... Ach, das muss ja auch noch eben nicht rein hier. Stimmt. Äh, dann müssen wir mal nach oben... Und jetzt mal das Kabel nach unten führen. Das heißt, ich... Nee, Moment, da kann ich es ja lassen. Richtig, da kann ich es lassen. Ähm... Wir müssen das... Hier und hier weg machen. Das und das auch. So, und dann muss hier das Kabel... Ja, von irgendwo kommt es ja nach unten. Genau, von irgendwo kommt es ja. So, das kommt weg hier. Ach, ja. Ich will doch das Kabel dahin haben. So, da geht das Kabel jetzt rein. Dann kann ich nämlich da vorne noch... Erstmal ein wenig... Genau, ich mache das einfach so. Dann sieht das auch noch was aus. Das Kabel kommt dann gleich weg hier. Und da geht jetzt das Kabel nach innen. Ja, dann kann ich doch... Moment mal. So.